Hoch hinaus heißt es jetzt auf dem Spielplatz in der Hauptstraße in Starken. Euer Spielplatz, ihr seid ja mit vom Jonas-Haus und ich kenne das Jonas-Haus auch schon ganz, ganz lange. Und ihr seid ja auch unsere Paten dieses Spielplatzes, in dem ihr auch hier spielt, aber auch mal schaut, wie ist da alles in Ordnung, ist da was kaputt. Dann wird das gemeldet bei uns. Wir kommen nämlich aus dem Rathaus. Ich stelle mich mal vor, mein Name ist Frank Bewig. Ich bin im Rathaus zuständig, auch für die Spielplätze, für alle Spielplätze in Spandau. Und mit mir heute ist Frau Noltenius da drüben und Frau Meier. Das sind die beiden Kollegen von mir, die machen die neu und die planen die neu. Aber ihr wisst, die planen die nicht alleine, sondern die planen die ja mit euch zusammen, habe ich gehört an der Stelle. Das heißt, ich habe gehört, dass mit euch Anfang des Jahres, ja ich sag mal, heute sagt man so ein Workshop, so ein Beteiligungsverfahren mit euch zusammen gemacht wurde, wo ihr auch Ideen entwickelt habt. Stimmt das? Wer war dabei? Wart ihr dabei? Du warst dabei? Und da hast du auch so ein bisschen deine Vorstellungen mit eingebracht und gesagt, was du gern hättest. Ist irgendwas dabei heute, was du wolltest? Rutsche die tolle? Ja. Ja schon, oder? Die tolle Rutsche da. Die ist was ganz Besonderes. Und wir machen diese Spielplätze nicht immer nur alleine neu, sondern wir haben da auch Geld, was wir in die Hand nehmen. Aber wir haben auch immer Unterstützer. Denn wir aus dem Rathaus haben immer Geld, was wir dazu packen, aber wir haben auch immer Sponsoren, sagt man heute, die auch Geld sammeln. Menschen, die in unserem Bezirk aktiv sind, die sich ehrenamtlich engagieren. Und da haben wir nämlich den Herrn Halter heute hier neben mir. Und der Herr Halter vertritt heute den Lions Club, das Hilfswerk vom Lions Club, der Chef sogar des Hilfswerks. Und der Lions Club ist eine Vereinigung, da kann er gleich selber noch mal ein paar Sätze sagen, wo sich Spandauer in der Regel jedenfalls, meistens wahrscheinlich, sagen, wir wollen was Gutes tun für Kinder, für Jugendliche, für soziale Zwecke. Und die haben gesagt, wir geben was dazu, zu diesem Spielplatz. Und so ist dieser Spielplatz noch mal schöner geworden, als er vielleicht nur durch uns gemacht worden wäre. Und deswegen finde ich, hat der Herr Halter schon mal von euch, von uns allen, einen kleinen Applaus verdient. Ja, können wir mal? Wir werden mit Sicherheit das noch weiterhin unterstützen, schon alleine, wenn man diese ganzen fröhnlichen Kinder sieht, die hier spielen, ist das die Sache schon wert. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe früher als Kind hätte ich davon geträumt, so eine schöne Rutsche zu haben. Ich wünsche also viel Erfolg hier und wenn ihr natürlich auch, ihr müsst natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass hier nichts kaputt geht. Die Rutschen ist heute schön, weil wir haben das neu gemacht und die sind sehr groß und die sind sehr schön. Ich finde den Spielplatz, den neuen, der ist cool und die Rutschen, die sind mega hoch und die finde ich auch toll. Und der Spielplatz sieht auch schön aus und den haben wir alle zusammen gewählt. Und der Spielplatz sieht auch ganz schön aus.